Hallo und herzlich willkommen auf meinem Let's Retroplay Kanal. Schön, dass du dich hierher gefunden hast. Mein Name ist TheLifeRoss und ich möchte dir gerne zeigen, was dich auf meinem Kanal erwarten wird. Ganz einfach. Und zwar ist es so, dass ich Let's Plays mache. Und zwar habe ich schon einige Let's Plays gemacht, was zum einen The Legend of Zelda, Oracle of Seasons war. Danach kam Mario & Luigi Superstar Saga. Und danach kam Super Mario Land 1. Darauf folgt natürlich auch Super Mario Land 2, was natürlich nicht fehlen darf. Und zu guter Letzt habe ich noch, ich bin jetzt nicht ganz irre, Pokémon Rote Edition gemacht. All diese Projekte sind allerdings schon abgeschlossen. Und dafür habe ich aber auch eine gute Nachricht für dich, denn ich habe zwei neue Projekte am Start zur Zeit. Das sind zum einen Pokémon Heart Red Edition. Das ist allerdings eine ganz besondere Edition, denn das ist ein kleiner Hack, der von jemandem gemacht worden ist. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Spiel, was dich auch sehr interessieren dürfte, denn es ist The Legend of Zelda A Link to the Past. Boom, baby! Oh ja, eins der schönsten Spiele überhaupt. So, diese beiden habe ich zur Zeit auf Lager und es werden noch weitere folgen. Ja, aber auf meinem Kanal wirst du, glaube ich, eher mehr Fails erleben als eher Skill. Was daran liegt, dass ich eine körperliche Behinderung habe. Aber das soll mich nicht entmutigen und ich werde trotzdem weiter Let's Plays machen. Oh ja. Nun zu mir. Wie du dir schon vorstellen kannst, bin ich ein leidenschaftlicher Retro-Zocker, was man an meinen Videos sehen kann. Und es sind auch definitiv noch weitere schöne alte Spiele folgen. Das liegt aber auch daran, ich bin mit diesen Spielen, die ich gespielt habe, groß geworden. Und ja, also ich habe richtig viel Spaß an meiner Kindheit gehabt und möchte natürlich das Vergnügen mit dir teilen. Denn hier werde ich weitere Retro-Spiele zeigen. Aber auch neuere Spiele, das wird aber noch ein bisschen länger dauern, bis ich diese Spiele zeigen kann. Ähm, ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen hoch geben und natürlich auch auf meinem Kanal schön weiter stöbern. Und wer weiß, vielleicht findest du ja das ein oder andere schöne Let's Plays, das dir gut gefällt. Wer weiß. Und wenn es dir auf meinem Kanal sogar richtig gut gefallen hat, dann kannst du mir auch gerne ein Abo... Und dann kannst du mich auch gerne abonnieren, so ist es letztendlich. Und ich kann daraufhin nur noch Folgendes sagen. Ich wünsche dir viel Spaß auf meinem Let's Retro-Play-Kanal und kann daraufhin noch sagen, bis dahin, ciao, ciao. Euer The Life Force. Euer The Life Force.